Kleiner Sommergemäßer Auflauf Zutatenteil 2 Eier 200 ml Milch 50 ml flüssige leichte Sahne 8 kleine Kirschtomaten 1-2 Zuckchen Ihr Rezept Zubereitung 15 Minuten Kochzeit 20 Minuten für 8 kleine Formen Ein ganzes Eiermixerschälchen brechen. Den Dotter und das Eiweiß des zweiten Eis trennen und den Dotter in das Mixerschälchen vermengen. Die Eier mit der Milch und der Sahne mischen. Kirschtomaten halbieren. Die Zuckchen in Würfel schneiden. Die in Würfel geschnittenen Zuckchen auf den Boden der Form legen. Die zwei Tomatenhälften darüber legen. Die Sahne-Milch-Ei-Mischung in die Formen geben. Jede Form mit einer Lebensmittelfolie oder einem kleinen Deckel bedecken. Die Formen in die beiden Dampfgarkörbe legen. Einen 20-minütigen Kochzyklus beginnen. Trauen Sie sich. Um das Rezept für die Älteren schmackhafter zu machen, vor dem Kochen eine Mozzarella-Kugel in die Formen legen. Variieren Sie das Gemüse auf der Basis dieses Rezepts. Für eine noch schmackhaftere Mahlzeit ersetzen Sie Tomaten und Zuckchen durch Lauchstücke oder fügen Sie Auberginen hinzu.